Ja, für uns als Unternehmen ist es sehr wichtig, in Verbindung zu sein. Ja, Connection. Ob jetzt mit euch als vielleicht zukünftige Branchenführer, Unternehmensführer, ihr seid aber auch Kunden. Wir sind noch ein junges Unternehmen und wir wollen in Connection bleiben. Und wie auch immer, ja, wir können was beibringen, in 20 Jahren da gelandet zu sein, wie wir heute sind, aber wir können auch viel von euch lernen. Und diese Verbindung pflegen wir jetzt schon seit drei Jahren mit verschiedenen Universitäten. Ich mache das aus Leidenschaft, weil mit der jungen Zukunft in Verbindung bleiben ist für uns auch ein Fortschritt.